schüler sollen zusammenarbeiten das geht im team ich bin jetzt also bei teams und klick auf mein team und habe hier mehrere möglichkeiten unter dateien können die schüler gemeinsam an einem word dokument arbeiten jeder schüler kann dieses word dokument öffnen oder neues dokument erstellen und jeder schüler kann hier bei diesem dokument irgendein kommentar dazu geben test man muss es nicht extra speichern ist automatisch gespeichert und wieder zurück das kann natürlich nerven deswegen gibt es die möglichkeit alle dokumente in dem ordner kursmaterialien die kann nur ich als lehrer verändern da können die schüler nichts machen und bei beiträge können sich die schüler mit ihren chats austauschen was sehr interessant ist ich kann kanäle anlegen also hier bei den drei punkten lege ich neue kanäle an und dann könnte ich hier kanal 1 also drei kann drei kanäle drei gruppen die schüler in verschiedene gruppen einteilen und in dem kanal gibt es wieder einen ordner mit dateien ja man könnten die schüler die fünf die an einem thema arbeiten hier gemeinsam irgendwelche dateien bearbeiten die können hier sich austauschen über ihr thema über und die können sich auch in ihrem kanal per videokonferenz vernetzen und sie können auch ein notizbuch hier starten das notizbuch erkläre ich noch mal ich gehe wieder zurück zu allgemein weil hier habe ich dann das kurs notizbuch das hat auch ein interessantes feature so zum kollaborativen arbeiten hat sich hier ist alles ein test team ist alles verkruscht da erscheint jetzt dieses drei klick drauf die seiten unter kollaborations space der die kann da kann jeder schüler reinschmieren da kann ich jetzt hier draufklicken kann neue abschnitte neue seiten anlegen und jeder schüler schmiert drauf die alle notizbuch seiten und der inhalt kann nur ich als lehrer bearbeiten und bei nur für lehrer da kann ich mir irgendwelche notizen machen die kein schüler sieht also das sind so die elemente man hat ein notizbuch und man hat dateien also die kann ich auch hier oben anklicken also diese apps word powerpoint excel und und one note das näher das ist noch mal das notizbuch das kann man gemeinsam oder alleine machen und man kann chatten genau und jetzt können sie loslegen unsere schüler